Jetzt hat Henry so schön für euch gesungen. Wollt ihr jetzt mal für Henry singen? Okay, das war ganz einfach. Das ist ein Song, den ihr alle kennt. Wenn ihr den Song nicht kennt, seid ihr doof. Das würde ich nicht nur unwissen. Er geht so. Und Don't treat me so mean. Er geht so. Henry, jetzt ist es ein Spiel. Muss ich gerade um mich selbst nicht aufregen. Ich habe mich gerade so aufgeregt. Er ist so hässlich, ja. Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're meaner, oh, now then we'll see. I guess if you said so. Oh, I get it. So go, that's right. Greiner ist Dose. Who was you saying? Dose ist Dose. Don't you come back, no more, no more, no more, no more. Don't you come back, no more, 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 no more. Henry, was war jetzt nur für dich? Super. Wie bitte? Super? Es war doch nicht nur super, es war doch geil, super. Super, super? Also Henry ist eigentlich Amerikaner. Sagt doch mal in Sachen sowas wie super kann ich fragen, dass die Hände nicht mehr aligetisch. Also was nur so Amerikaner sagt, wenn wirklich was gut war. There was so, there was so, there was so, there was so, so great. Let's get loud. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.